Hallo, ich bin Christian. Ich komme aus Ungarn. Jetzt bin ich Löwe. Christian Simon, Neulöwe, im Winter aus seiner Heimat Ungarn an die Isar gewechselt, auf Antrittsbesuch im Tierpark Hellerbrunn. Besonders die größten Tierparkbewohner haben es ihm angetan. Ich mag Giraffen, weil die so groß sind und deshalb so eine gute Übersicht haben. Eine Eigenschaft, die auch auf 60s neue Nummer 14 zutrifft, wenn man ihn so auf dem Platz beobachtet. Ein echter Gewinn für die Löwenfamilie. Und auch mit anderen Tieren entdeckt Christian schnell Gemeinsamkeiten. Das Tier schaut so ruhig aus, aber die können auf den ersten Schritten ganz schön schnell werden. Auch ich muss auf dem Feld meinen Antritt und meine Ruhe nutzen und mich ganz auf das Ziel konzentrieren. Antritt und Ausgeglichenheit eines Nashorns, die Übersicht einer Giraffe und auch ein weiteres Tier darf auf der Tierparkrunde auf gar keinen Fall fehlen. Das hier sind meine Lieblinge, weil sie die Könige aller Tiere sind. Sie sind sehr stark und schnell. So will ich auch auf dem Platz sein. Christian Simon. Angekommen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich dem Team mit meinem Tor und meinem Spiel helfen konnte. Jetzt will ich es so weitermachen. So geht es weiter. Gemeinsam für 60. Elze Rorosland, Mindigorosland. Einmal Löwe, immer Löwe. Gut? Schrei, mal Löwe, immer Löwe, hey, 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 Ja.